Guten Tag! Mit der Software Directory List Antprint können Sie neu Ihre Datei und Verzeichnislisten nebst Excel und Word nun auch in Calc und Wreiter ausgeben. Wählen Sie nun unter dem Reiter Verzeichnis den gewünschten Ordner. Erstellen Sie Ihre Dateiliste. Vielleicht möchten Sie Ihre Dateiliste mit entsprechenden Spalten ergänzen. Klicken Sie auf den Reiter Spalten und wählen die gewünschten Dateienformationen und Metainformationen zur Ergänzung in Ihrer Liste. Mit der Auswahl, Pfad und Name für Hyperlinks, können Sie anschließend in Ihrer Liste direkt via Hyperlinks auf die Dateien zugreifen. Erstellen Sie Ihre Liste erneut. Die ausgewählten Dateienformationen werden nun in den Spalten angezeigt. Nun können Sie Ihre Dateiliste ausgeben. Klicken Sie auf den Reiter Ausgabe. Hier haben Sie die verschiedenen Ausgabemöglichkeiten. Haben Sie die Software OpenOffice oder LibreOffice installiert, besteht nun die Option, Ihre Liste in Breiter oder Calc auszugeben. Wählen Sie Hyperlinks an. Nun können Sie in Ihrer Liste unter Calc direkt via Hyperlinks auf die Dateien zugreifen. Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns bitte via Website. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.